Ich habe keine Schmerzen im Fuß, so geht es viel, viel besser. Aber ich kann nur mit Krafttraum arbeiten und wie gesagt, offen in zwei Wochen auf dem Platz zu sein. Normales Training, natürlich alleine und im Januar 100 Prozent fit. Das ist eine schwierige Zeit. Mental ist es immer schwer, die ganzen Tage im Krafttraum arbeiten. Ich will gerne auf dem Platz stehen, aber wie gesagt, dauert noch ein bisschen. Deswegen frage ich manchmal, ob ich ein oder zwei Tage frei für den Kopf, wie diese Woche. Ich war in Vien mit meiner Frau, nur ein bisschen Kopf frei. Ansonsten jeden Tag hier fünf, sechs Stunden im Krafttraum ist es ein bisschen schwierig. Ja, ich denke, die haben es gut gemacht. Natürlich weiß jemand, dass wir zu viele Gegentore bekommen. Aber von meiner Seite nicht die Schuld auf den Innenverteidiger, aber die ganze Mannschaft. Aber wir sind auf einem guten Weg. Und natürlich hoffe ich, wenn ich wieder dabei ist zu sein. Natürlich will ich spielen. Natürlich habe ich mehr Erfahrung in der Bundesliga. Und das letzte Jahr in Darmstadt war sehr gut. Da habe ich alle Spiele gemacht. So habe ich mehr, wie am Anfang der Saison, mehr Selbstvertrauen. Und ja, das will ich auf den Platz bringen. Ich bin der nächste Jahr. Ich bin der nächste Jahr. Ich bin der nächste Jahr. Vielen Dank.